Ein weiteres Lernvideo für meine Schüler. Heut ein Borischer. Ich unterrichte nach Griffschrift und die meisten Stücke, was ich so spiele, sind eben da Frau Cornelia Schabarak in Griffschrift drin. Und heute kommt noch einer dran, der erste gleich, zum Geburtstag heißt der. Und da wünschen wir alle zum Geburtstag alles Gute, die was in dieser Zeit nicht feiern können. Grüezi zum Geburtstagsbayerischen, das Lernvideo. Lernvideo 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 Lernvideo